hallo was machen sachen ja ich möchte euch was vorstellen ich bin fertig geworden mit meinem portfolio oder mit ja mit meinem portfolio spiel wenn man so will ja der ein oder andere hat wahrscheinlich gesehen wie ich auf twitch live ein bisschen daran gearbeitet habe gerade assets platziert und die level vorbereitet ich habe jetzt im hintergrund auch sehr viel gemacht und ja das möchte ich jetzt vorstellen ich habe halt wie gesagt jetzt mein eigenes kleines spiel als portfolio vorbereitet ist die in den größten teilen dazu einfach meine assets zu zeigen so ein bisschen halt was ich kann ich habe jetzt sehr viel mit plumpins halt dazugelernt auch animationen und ja schauen uns das ganze doch einfach mal an ich mache so einen kleinen zusammenschnitt für jeden der sich dafür interessiert das einfach mal selber sehen möchte ich habe die exe datei unten verlinkt da ist ein download link der führt zu mediafire und dort könnt ihr euch eine zip datei herunterladen die in 70 und da ist die exe drin und könnt ihr halt ja selber spielen und einfach mal so angucken was ich gemacht habe ja dann wünsche ich euch viel spaß und ja clip ab ja 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 und das war es mein spiel man kann es ja spielen man kann ein bisschen was drin tun jetzt nicht so mod mäßig viel es geht ja primär darum meine assets zu präsentieren und halt so ein paar szenen zu zeigen aber man kann ja das ein oder andere doch tun man kann bei leute anquatschen die eine oder andere sache funktioniert nicht so hundertprozentig wie ich sie gerne hätte aber wie gesagt das erste spiel und dafür dass das nur mit blut linds zusammengebastelt ist dass ich halt erst gerade gelernt habe bin ich doch eigentlich recht zufrieden wie findet ihr das lasst doch mal ihr feedback da wie ihr das gefunden habt habt ihr spaß gehabt fand ihr sehr interessant ja und danke für euer feedback schon mal im voraus und auf wiedersehen mal im voraus und Bis zum nächsten Mal.